Ungefähr hier soll Marie Sollheit ums Leben gekommen sein. Einige hundert Meter weiter, ihr Verlobter François Reif. Das junge Brautpaar war unterwegs, um Hochzeitspapiere in Maries Heimatort Hoffre zu holen. Im schneereichen Winter 1871 war das. Das Kreuz erinnert an ihr tragisches Schicksal. Dieses Kreuz ist wirklich das Symbol für unser Fan. Es erinnert an dieses außergewöhnliche Ereignis. Zwei junge Menschen, die vor ihrer Hochzeit stehen, im harten Winter im Fan sterben und zwei Monate lang vermisst bleiben. Es war die Initiative der Freiwilligengruppe von Sars Jalais, das Kreuz der Verlobten zu erneuern. Mit finanzieller Hilfe des Tourismusamtes und des kulturellen Komitees haben sie es realisiert. Die Gemeinde Jalais unterstützt das Engagement der Ehrenamtlichen. Das ist das wohl berühmteste Kreuz im Fan und es liegt uns besonders am Herzen. Bei uns leben immer noch Nachfahren aus der Familie der beiden Verlobten. In zwei Jahren begehen wir offiziell den 150. Jahrestag. Dann werden wir auch den Weg des Paares nachgehen, der hier endete. Seit 1871 ist es das fünfte Kreuz, das für die Verlobten aufgestellt wurde. Ein Gedenkkreuz, aber auch eine Mahnung an die Wanderer von heute. Es gibt immer noch Leute, die die Geschichte nicht kennen und nicht wissen, dass man sich hier verlaufen kann. Letztes Jahr habe ich Leute aus Brüssel getroffen, die sich im Fan verirrt hatten. Das Kreuz liegt auf einem Pilgerweg, der zur Fischbachkapelle auf Barak Michel führt. Einmal im Jahr machen sich Bürger aus Hockey, Jalais und Solbaster zu der Wallfahrt auf. Viele in Trachten, wie sie im 19. Jahrhundert getragen wurden. Diese alte Tradition hat das kulturelle Komitee von Sars-Jalais vor fünf Jahren wieder neu aufleben lassen. Ende des 19. Jahrhunderts war in Solbaster eine Ruhr-Epidemie ausgebrochen. Der Pastor legte ein Gelübde ab und versprach, eine Wallfahrt zur Fischbachkapelle zu machen. Man weiß nicht, ob es die Wallfahrt war oder die Bären, die die Menschen auf dem Weg aßen. Fest steht, die Epidemie wurde ausradiert. Und seitdem gibt es jedes Jahr eine Wallfahrt von Solbaster zur Fischbachkapelle. Zum Abschluss der diesjährigen Wallfahrt wurde an der Fischbachkapelle eine Messe gefeiert. Dabei erinnerten die Pilger auch an Marie und François, die Verlobten, die im Winter 1871 im Fenn ums Leben kamen.